ich will ja nacht ich will aber gleich nacht zehn kanister soll glaube ich erst mal langen so dann machen wir uns mal ins minen wie kann ich das denn nachfüllen ich sehe wie ich das nachfüllen kann oder mich das auch einfach unten rein keine ahnung noch nie benutzt das hier ist kaputt gegangen dadurch ja 6 10 gas kann ich frage mich was ich jetzt machen muss nutzen geht nicht wie könnte man sein dinge danach füllen mit gas auf die habe ich schon passiert baumenü gas obendrauf kippen ok das könnte ich mal versuchen keine ahnung passiert nichts nichts im painkiller was nee er will uns verrecken nicht nachfüllen das hier scheiße super bug das ist jetzt echt super schlecht es ist 7 ne für was es ist 7 ja rückorientieren oh ich bin ja an der anderen seite der welt hier seid ihr schon im haus drin Okay, noch nichts Noch gar keiner? Nope Unfassbar Unglaublich Unprofessor Naja, selbst wenn, ich hab ja die Kettensäge Naja, du kannst ja kein Benzin nachfüllen Für den Anfang sollte es trotzdem reichen Ähm, da fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich den Übergang neu gebaut? Nein Ich hab keine Materialien zu bauen Hinten, hinten auf das Dach drauf Von dem anderen Teil Da musst du dir einen Block wegnehmen, da unten Und dann drauf bauen, dann kommst du hoch Weißt, was ich mein? Sind denn hier zwei Lagerfeuer? Guck mal ums Haus rum, ich hab da überall Lagerfeuer verteilt Hier hinten ist offen Oder ist das ganz unser Haus? Hier, komm mal her zu mir, komm mal her Hier, komm mal, hier rechts von euch Kommt mal her zu mir, zur Garage Viertel nach acht, ne? Haben wir noch Spikes Oder zumindest müssen wir hier zumachen jetzt Ich hab gar keine Spikes Kann ich da ins Haus rein? Hier zu mir Hinten, auf die Garage Wo ist hinten? Hinten am Haus die Garage Nicht hinten da Hinter unserem Haus Achso Wo ich draufstehe Da einfach mit dem Felsblock hoch Und hier drauf Ich hab keinen Holzblock Ja Warte Hinter dir liegt einer Also ich hab jetzt auch den Übergang neu geworfen Ah, das war jetzt ein Holzblock Naja, egal Ja, ist ja egal Du musst das kaputt machen Jo, ihr könnt den Übergang nehmen Vom anderen Haus Hast du ihn wieder ganz gemacht Super Jo, steht wieder Ist Viertel vor neun Mach aber den Holzblock wieder kaputt dann, ne? Du musst dich ducken Ja, oder so Komm mal grad jemand her Nimmer Und nimmer Und guck mal, ob du nachfüllen kannst Hier sind noch neun andere Dinge Neun andere was? Äh, Gas Cans Muss man die erst füllen mit irgendwas? Alter Achso, ich hab Hunger Pfff, keine Ahnung Hm Ne, passiert auch nix Ich überleg gerade Nur weil ich ein Benzin-Teilmister finde Heißt das doch mal nicht, dass da auch Benzin dritt ist, oder? Ja, das hab ich mir auch schon gedacht Aber das wär ja dann saudoof Ja, wenn du dann noch ne Tanke suchen musst Ja Dann packe ich die mal wieder hier oben irgendwo rein Boah, jetzt legt's grad richtig 20 FPS Boah Kommt so viele Zombies gerade, oder? Habt ihr jetzt irgendwie Eisen noch irgendwo? Ja, ich hab 43 in dem Fall Kannst du mir mal geben? Ich brauch ne neue Axt gleich Ja Wenn du mir noch ne Kiste erstellst Weil hier ist fast alles voll Kannst du mir hier zu mir troppen Warte Äh Kisten baue ich dir ganz viel noch Fliegt dazwischen Wie geil Das Fischfleisch schimmert ja sogar noch Feucht, wenn du dich bewegst Ähm Kisten Ich baue hier noch ein paar Kisten hin Das war's Ich hab hier an die Wand von ein paar Kisten gebaut Okay Ähm Das ist Metall Da Jetzt muss ich die ganzen Rezepte wieder lernen Unfassbar Es liegen noch 3 MP5s in den Kisten Irgendwie 10 Pipsies 50 kann man ja gar nicht essen. Was? Doch. 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 Einfach, ja, bis sie vielleicht voll. Nee. Dann musstest du es unten einfach reinziehen, einmal rechtsblick und warten. Ich rüsste es dann. Was hast du denn in der Dose, was du essen willst? Ja, jetzt hab ich so ne, ich hatte so ne blaue. Ah, das beste ist immer auf den Kapseln. Ja, ganz ehrlich, würde ich mich aber sofort drauf stürzen. Ja, ich hab die Völle zu werfen. Ja, also wenn es nichts anderes gibt, ja. Also ich baue hier grad Sachen ab, die lass ich grad... Nee, 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 weil es kein anderer hat. Ich hab hier grad Sachen abgebaut, die ich nicht aufheben kann. Total komisch. Ey, seltsam. Also, ich finde die Beleuchtung ist erstmal ganz akzeptabel, oder? Ja. Ja, das kann man so lassen. Na, so ein bisschen noch auf die Straße vielleicht, aber ansonsten ist das erstmal ganz in Ordnung. Ja, vielleicht, wenn es um die Frayne wächst. Das ist ein... Gehen die Feuer auch aus? Ich glaube nicht. Nach meinem Wissen bis jetzt noch nicht. Ja. Klar, kann sich das natürlich noch ändern, aber an sich bleiben die glaube ich dann. Ich glaube auch nicht. So. Nutz jetzt mal kurz die Zeitung hier auf der Toilette. Mach das. Ich bin hier unten immer noch schön am Minen. Und wird wahrscheinlich wieder einen Cut machen. Bis demnächst mal wieder was passiert. Wenn ihr den Orga habt. Ja. Versucht den mal einfach über den R-Knopf wie eine Pistole nachzufüllen, wenn ihr das Gas in der Leiste habt. LOL. Ja, dann geh ich mal kurz holen. Da sind wir alle nicht drauf gekommen, ne? Nee, nicht wirklich. Benutzen habe ich gedrückt, aber R nicht. Oh, ist ja 10 Uhr morgens schon. Oh. Ja, Gascans und den Orga beide in der Hotbar haben und dann R drücken zum Nachfüllen bzw. Nachladen. Unfassbar. So einfach, dass man nicht drauf kommt. Jo, jetzt bin ich aber eben kochen. Bis gleich. Okay. Ja, bis dann. Die 10mm-Magazine sind jetzt nicht irgendwie frei. Ja. So, wir haben herausgefunden, wie man die, äh, Orga nachlädt. Einfach mal auf Nachladen drücken. Hahaha. Ja, wer kommt denn da auch schon bitte drauf? Und dann funktioniert es auch wieder. Versteuer ich. Ja, dann bin ich schon noch ein bisschen weiter am Bohren. Und sonst sollten wir hier auch bald unsere Mine eigentlich... Ah, so schnell ist so ein Ding leer. Ja, krass. Ja, äh, werde ich meine unsere Mine jetzt auch, glaube ich, erstmal verlassen. Weil es gerade 10 Uhr am Tag ist. Und, ähm, ja, noch ein bisschen looten wäre, glaube ich, von Vorteil. Aber... Sind momentan eh nur noch zu zweit. Aufgrund dessen da die anderen alle entweder weg mussten oder kochen, essen, wie auch immer. Und, ähm, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr so sonderlich lange machen. Mal gucken, ob noch was passiert hier jetzt. Ich mache jetzt gerade hier noch eine Ladung durch. Und dann schauen wir mal. Oh, schon wieder leer. So was aber auch. So. Mal schauen mal Licht rein. Die Steine sammeln sich noch alle auf, die Löcher noch alle zu machen. So, dann können wir die Mine erstmal ein bisschen alleine lassen. Jetzt rühre ich mal den Auger wieder hoch und komm mal zu dir. Wo bist du eigentlich gerade? Ähm, ich bin am anderen Ende der Stadt. Ah, okay. Ich blieb hier noch die Sachen durch, die fette... Hier sind ziemlich viele Zombies, glaube ich, um dieses Haus drumherum. Ja, der... also... Hallo? Ja. Achso. Du hast mittendrin aufgehört, was zu sagen. So. Okay. Ich bin noch da. So. Das erstmal weg. Die wertvollen Materialien auch erstmal weg. Und ich hoffe mal, wenn ich dann nachher... den Server ausmache, dass das dann auch alles gespeichert bleibt. Jawohl, sonst... was für die Katze. Durch durch. Ja. Ja. Gucken wir mal, was hier schönes los ist. Gerade mal unten noch die Zombies wegmachen, dass sie hier nicht irgendwie was beschädigen. Und dann... mache ich, glaube ich, Schluss für heute. War, glaube ich, eine lange Session. Ich glaube, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Drei Stunden? Vier Stunden? Ach, das kann gut sein. Ach, das kann gut sein. Wie sind die Zombies hier jetzt her? Das Haus kommt. Oder habt ihr das da rein gemacht? Ja. Sieht aus wie ein Loch von Zombies. Ich mache das jetzt mit Dreck zu. Ich muss hier dann nicht mehr so einfach durchkommen. So. Gucken wir mal, wer noch was hat. Jo. So. Wo sind hier viele Zombies? Ich kann ja auch einmal mit der Ketten sitzen. So. Da werde ich nochmal für Komplimentchen. Ah. Da werde ich... Fenster wieder zu machen. Haben wir ja für ihn gelernt. Ich werde eh Fenster zu machen. Dann gehe ich nochmal in unser Safe House. Und dann werde ich ausloggen und auch den Server gleich dicht machen. So. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach in die Kommentare unten rein. Und… ja. Wäre cool, wenn ihr uns abonnieren könntet. Bis dann, tschööö.